Heiho Tax-Collector! Oh, gut, gut. Ich nehme den Weg weniger Reise. Sovereign! Ein Gebäude wurde aufgebaut! Mehr Gold, Ihre Majesty! Sovereign, ein Gebäude wurde aufgebaut! Sovereign, ein Gebäude wurde aufgebaut! Sovereign, Ihre Marketplace nun serves Ihnen besser! Ich fühle mich revitalisiert. Ihr Highness, die Palace Renovation sind fertig! Ich fühle mich revitalisiert. Ich nehme den Weg weniger Reise. Sovereign, ein Gebäude wurde aufgebaut! So, wir haben viel Platz hier hinten, was gut ist. Der nächste Marktplatz kommt hier her, also kommt die Dwarfengilde irgendwo da oben hin. Ja. Komm, 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 komm! Sovereign, Ihre Majesty! Oh! Oh! Tax-Collector! Majesty! Der lokale Blacksmith offert neue Services! Heiho! Ich frage mich echt, wie lange wir Ruhe haben, bevor die ersten Phantome hier auftrauchen. Also, wie viel Zeit ich habe, meine Perimeter zu befestigen. Eigentlich sollte ich ja die Dwarfengilde hier hin bauen, in die Mitte. Und alles andere mit Ballister-Türmen dann absichern. Ihre Majesty! Die Royal-Treserie ist näherly empty! Sovereign! Ein Gebäude wurde aufgebaut! Die Royal-Treserie! Tax-Collector! Die Royal-Treserie! Jetzt müsste ich eigentlich die Meldung kriegen, dass die Zwerge... Your Highness! Die Dwarfs are offering to move into our Domain! Genau, joinen möchten. In the name of the Sovereign Winter! An unwelcomed guest. Tax-Collector! I know that. I feel revitalized. An unwelcomed guest. I feel revitalized. I feel revitalized. You are gold, your majesty! An unwelcomed guest. Your gold, your majesty! In the name! Ich wollte eigentlich gerade sagen, wenn das jetzt nur Goblins sind, am Anfang, dann geht das ja noch. Aber da sind jetzt die Phantoms gespawnt. Aber sie schwirren nur hier herum erstmal, okay? I feel revitalized. I join the wild spirits. Your majesty, a new building is complete. I serve with pleasure. I feel revitalized. So, jetzt klappt das ja schon mal besser. Das heißt, ich kann mich ein bisschen mit Ballister-Towern absichern. Das erste. Wobei ich erst einen zweiten Marktplatz bauen sollte. Hier an der Stelle. Aber ich brauche mehr Gold. Das brauche ich dringend. Der zweite Marktplatz ist halt nicht günstig. Das war Tom scheint es sich jedenfalls gerade eben anders überlegt zu haben, was seinen Angriff angeht. Ich habe immer noch nicht genug Geld für den zweiten Marktplatz. Da kommt schon das nächste Phantom. Ich habe so das Gefühl, sie kommen nur jetzt am Augenblick, nur ein bisschen um Stunk zu machen und verzehren sich dann wieder. Was mir ein bisschen recht sein kann, aber auf der anderen Seite. Soll mir die mir nicht zu sehr auf die Nerven gehen? Da kommt schon wieder eine Goblin nach mir. Echt jetzt. Ähm. Defending Home. Okay, Komplett sind abgewehrt. Wir haben den zweiten Marktplatz. Market Day wäre nicht schlecht. Hier wäre auch einer nicht schlecht. Da kommt wieder ein Phantom angerannt. Ihr habt das Phantomisch schon wieder abgehauen. Ja, ist es, weil es ein bisschen auf die Nase gekriegt hat. Okay, ich sollte mich jetzt langsam mal in Richtung Dorvus und Moria-Gilde machen. Ja, da ist das Goblin-Lager. Okay. Und jetzt langsam sollte ich mal die Perimeter-Verteidigung erhöhen. So, du kannst mich Zwerge mit reparieren. Gut, erstmal werde ich hier Verteidigung erhöhen. Und dann nehme ich hier einen Ballista-Tower aufstellen. Ich werde aber auch wahrscheinlich ein, zwei Garthäuser aufstellen. Um mehr Garthäuser zu haben. Aber erstmal werde ich mich mit, äh, noch vier Ballistatürmen hier absichern. Bevor ich noch mehr baue. Bevor ich noch mehr baue. Okay. 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 Mal losgehen. Okay. Okay. Ich hole mal einen Paladin. Okay. Ich hole mal einen Paladin. Okay. Ich hole mal einen Paladin. Ich hole mich. Ich hole mich. Bist du schon wieder dabei, Home zu defendern? ja Okay Ich habe irgendwie das gefühl Wir sind ein bisschen böser als erwartet So, jetzt habe ich zwei Paladine, die hier ein bisschen aufpassen werden Zusätzlich zu meinen Zwergen Ach bitte, hör auf mir das Geld zu klauen, du feistige Sau, ey Das ist irgendwie unfair, dass Redmans Ähm, so viel instant das Geld aus dem Marktplatz rausräumen Sovereign, a building has been upgraded Praise Doros Ich glaube, ich werde doch erstmal mit Garthäusern ein bisschen Also mit zwei Stück Eins hier und eins hier Ein bisschen den Perimeter verstärken Und ja, ich sage immer Perimeter, weil eigentlich ist das nichts anderes Wir bauen hier eigentlich keine Stadt Wir bauen hier bloß eine Anhäufung an Gilden und Marktplätzen und so weiter Ein Inn habe ich gebaut Statue wäre auch nicht schlecht In der Hoffnung ein bisschen die Qualität der Leute zu erhöhen Ah, jetzt muss ich erstmal den Marktplatz hier upgraden Tax collector My gold, your majesty Das ist die 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 Vielen Dank.